Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Shotgun Wedding. In diesem Film geht es um Darcy, gespielt von Jennifer Lopez, ich glaube die brauche ich nicht irgendwie weiter vorzustellen, ich glaube die wird so ziemlich jeder kennen, und Tom, gespielt von Joshua Dremel, den man zum Beispiel aus Transformers kennt. Diese beiden wollen heiraten, und die Heirat ist auch soweit geplant, und findet auf einer kleinen Insel auf den Philippinen statt. Es werden auch allmöglichen Familienmitglieder eingeladen, und einer kommt auch wirklich auf die kuriose Idee, Darcy's Ex-Mann einzuladen, den Sean, gespielt von Lenny Kravitz, ich glaube den braucht man auch nicht mehr weiter vorzustellen. Ansonsten hat man in der Musikszene echt was verpasst. Kurz bevor die Hochzeit losgeht, kriegen die beiden doch so ein bisschen, ja, kalte Füße, wissen doch nicht, ob es doch so eine gute Idee ist, und ja, aber es ist schon alles soweit fortgeschritten, und ja, wissen eigentlich jetzt nicht so ganz, wo sie eigentlich stehen und wo sie eigentlich hinwollen. Aber die Entscheidung wird ihnen da so ein bisschen abgenommen, denn ein paar Piraten machen sich auf den Weg zur Insel, um natürlich ein bisschen Cash klarzumachen, ein paar Sachen zu erbeuten, dies und das und so, und unter diesen Umständen müssen Darcy und Tom dann doch richtig Hand in Hand gehen und sich zusammenreißen, um sich und ihre Familienmitglieder zu retten. Was die beiden dann auffällt, dass sie dann doch gar nicht mal so schlecht zusammenpassen. So ungefähr kann man die Story zusammenfassen. Ja, aber was ich so zu dem Film zu sagen habe, der Film reißt jetzt echt keine Bäume aus, der Film ist jetzt wirklich nichts Besonderes, der Film macht jetzt wirklich nichts irgendwie interessanter als manche anderen Filme. Ist lustig an manchen Stellen, muss man sagen, hat so seinen Moment, hat doch so seinen Humor, manchmal ist er mir ein bisschen zu albern gewesen. Die Action ist auch nicht schlecht, aber ist jetzt auch nichts, wo man jetzt sagt, das ist jetzt bahnbrechend. Charaktere sind echt gut ausgearbeitet, muss ich sagen, also da sind noch ein paar andere Hollywood-Stars drin, wo man jetzt sagen kann, echt, mit euch hätte ich jetzt so auch nicht gerechnet. Den Film kann man sich jetzt mal sonntags abends mal angucken, wenn man jetzt nicht weiß, was man gucken möchte. Dafür ist der Film dann ganz gut geeignet, aber ja, wie gesagt, also der Film ist echt nichts Besonderes. Der Film macht jetzt wirklich keine Riesensprünge, obwohl der Film eigentlich gar nicht so schlecht besetzt ist. Finde ich, hätte man tatsächlich mehr rausholen können. Man verpasst jetzt nichts, wenn man den Film jetzt nicht gesehen hat. Also ein Kinoticket würde ich mir jetzt dafür vielleicht das nicht kaufen. Aber wenn man sich den dann im Stream anguckt, dann ist das wahrscheinlich genau der richtige Rahmen, um sich diesen Film anzugucken, sonntags abends oder sowas zum Beispiel. Da würde ich den Film dann doch sehen. Welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop, alles was ihr braucht. So, da sind wir wieder. Ja, wie gesagt, also der Film ist jetzt echt nichts Besonderes. Der Film hat so seine Momente, aber er macht jetzt nichts besonders besser oder schlechter als manch andere Filme, die so einen ähnlichen Ablauf, sage ich jetzt mal, haben. Von daher, ja, gebe ich den Film mal so, so, ja, sag mal so, drei Totenköpfe kann ich dem Film auf jeden Fall geben. Der ist ein bisschen besser als durchschnittlich, aber mehr ist er aber auch definitiv nicht. Weil, weiß ich nicht, da fehlt mir so ein bisschen das gewisse Etwas, da fehlt mir so ein bisschen der Kick und so. Also, weiß ich nicht, also, hat mich jetzt wirklich nicht vom Hocker gehauen und nicht so wirklich jetzt, ähm, ja, zum Jubeln gebracht oder so. Von daher, ja, drei Totenköpfe ist okay. Für so, mal so im Stream demnächst mal angucken kann man das definitiv machen. Ja, das war die Filmbewertung zu Shotgun Weddings. Wenn euch gefällt, was ich mache, abonniert meinen Kanal, liked meine Videos und schaut mal in die Videobeschreibung. Es sind immer so ein paar interessante Links, die vielleicht für den einen oder anderen von euch interessant sein können. Das war meine Filmbewertung für diese Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.